Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Eigentlich wollte ich ja von der PS3 bzw. von The Last of Us ein Let's Play machen, was mir aber bisher noch nicht so ganz gelungen ist, aber das ist nicht so schlimm. Das kommt noch. So, ich stelle euch erstmal meine kleine Familie vor. Hier haben wir einmal Joel und Ellie. Falls jemand The Last of Us kennt, dann wird er wissen, warum die so heißen. Manchmal fällt mir einfach kein Name ein und dann, naja, nimmt man einfach mal die, die man so kennt. Kalos habe ich mein Pferd genannt. Also ich habe so ziemlich viele Erweiterungspacks, aber auch nicht alle. So, die sind hier gerade am Spielen. Was macht Ellie? Ah, ja, stimmt, ich habe ja auch eine Ratte. Finde ich echt süß. Dann wollen wir sie mal nehmen. Ja, manchmal lassen die Sims sich extra viel Zeit mit irgendwas. Oh, oder ist sie schon tot? Das kann natürlich auch sein. Ähm, weglegen. Oder hat sie sie jetzt gerade in der Hand, aber sieht man ja nichts. Ähm, pff, okay. Bis jetzt muss einfach nochmal neu. Beutelratte. Nehmen wir wieder normale Ratte. E-Blan. E-Blan. Okay, ähm, wollen wir erstmal das Futter nachfüllen. Sieht ja schon süß aus, aber eigentlich, ähm, sind ja Laufräder für Ratten nicht so geeignet, habe ich gelesen. Wegen der Wirbelsäule und so. Also am besten immer viel Auslauf geben. Infos zu Nagetier-Anzeigen. Seltenheit gewöhnlich, ja. Ich habe ja selber Ratten zu Hause, also von daher mag ich Ratten sehr. Ist ja schon niedlich animiert. So, ob sie sie jetzt mal rausnimmt? Scheint nicht. Ja, jetzt hat sie sie. Man sieht natürlich nichts. Dreh dich doch mal um. Ich hoffe, dass sie die Ratte mitnimmt. Das ist ja echt niedlich. Warum Elli jetzt allerdings einen Hut auf hat, also ich habe die Familie lange nicht gespielt, ich weiß es nicht. Na, es ist ja manchmal, ich glaube, sie war Reiten und deshalb, da ziehen sie sich ja manchmal um. So, es leckt ein wenig. So, was können wir denn mit der Ratte machen? Können wir überhaupt was jetzt noch mit der Ratte machen? Ja, aber wir müssen sie mal benennen. Ich weiß zwar, Quiggy. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Nehmen wir jetzt einfach mal irgendwas. So, hat einen fröhlichen Namen. So, kannst du noch ein bisschen mit der Ratte spielen. Gucken, wo sich der gute Joel rumtreibt. Er hat einen Kochanzug an, ich weiß nicht warum, aber okay. Das Laub kann man, glaube ich, verbrennen. Genau, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn er es denn macht. Irgendwie lassen sich Sims immer sehr viel Zeit für irgendwas. Falls ihr übrigens auf Cheats steht, ich muss erst mal nachgucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das mit dem Geld war. Das kann man mit einem Schlag auf 50.000, glaube ich, erhöhen. Ich muss aber noch mal gucken, wie das war, was man da eingeben muss. Auf jeden Fall STRG, SHIFT und C. Dann bekommt ihr hier oben so ein Eingabefeld. Und wenn ihr Testing Cheats Enabled True eingibt. Das habe ich jetzt schon gemacht, deswegen macht ich etwas. Dann könnt ihr cheaten. Ich zeige das euch gleich. Also ich schmuste immer noch mit der Ratte. Und jetzt drückt ihr noch mal SHIFT auf diejenige Person. Da könnt ihr Lieblingsmusik ändern. Ihr könnt nächste Alterstufe machen. Die City Sim komplett bearbeiten. Gesichter, Körper, wie auch immer. Das kennt ihr ja. Dann den Star-Status. Also welches Level, ob ihr schon große Stars seid oder was weiß ich. Die Eigenschaften und ja. Also das ist manchmal schon sehr praktisch. Ich weiß zwar nicht, was sie jetzt macht. Ach, sie will streicheln. Gut. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe den freien Willen eingeschaltet. Option. Das kann man hier machen. Wenn ich es finde. Genau. Hier. Hoher freier Wille. Also bei den Tieren mache ich es auf jeden Fall. Den hohen freien Willen. Nur bei den Sims muss ich sagen, nervt es mich. Wenn sie irgendwas machen sollen. Und dann werden sie was weiß ich. Sonst wohin. Also das kann ich nicht leiden. Was hat der Kleine? Das ist übrigens der Sohn von den zwei Pferden. Habe ich einfach mal zeugen lassen. Da liegt das. Niedlich. Ja, es ist natürlich bei den Sims so, dass es klar, dass sie die Eigenschaften von den Eltern halt immer erben. Ist bei den normalen Sims auch so. Er spielt Gitarre. Ich will mal gucken. Eigenschaften, Bierfähigkeiten. Also man sieht schon, Joel ist ein guter Gitarrespieler. Hier kann man halt die ganzen, ja, Eigenschaften festlegen. Okay. Die Sims funktioniert nicht mehr. Okay. Okay. wie ist das denn?